so erst mal toten stelle das muss aber gemeinsam reingehen so videos so ein bisschen außer bundet schon so gut portal ist gesetzt Warte kurz, ich brauche noch den Kobbel ab Kannst du mir was zu essen mitnehmen, ich schaffe jetzt nichts mehr Ich habe auch nichts Ich habe ja auch nichts, und meine Hungerleistung ist fast weg Du musst du... Hey, ich habe mir das Wort mit Flasch gesnackt vorhin, du wolltest es ja nicht haben Naja, da scheiß drauf, da komm Ja, warte, ich muss noch die Kobbels hier einsammeln Wir brauchen so ein Ding, ne, wie heißt es nochmal? Never Fouchers Jo Und Ding halt Nimm den Kobbels doch mit Den nicht vorhandenen? Ich brauche eine Stelle Machen, dann kann ich noch ganz kurz hier die Brücke zu Ende machen Also sprichst, sprichst zu Ende machen nicht, aber Hier schon mal etwas leicht die Kerbungen ziehen Es ist ein Wizard So werden die Dinger dann am Boden befestigt noch, nur dass du schon mal wisst, wie es aussieht Komm gleich, ja Mhm Da braucht uns der Koppel Und hier werden dann später noch Zäune drauf gesetzt Dass sie alle wisst, wie es aussieht Dass sie alle wisst, wie es aussieht wird Das mache ich nicht, ich will meine Tränke Dann Dann Ja Noch kurz gucken, ob für mich Weizen fertig ist Nur drei Hunger leisten Oh Ich komme gleich, kann ich dann nicht hier Ja Ja Also du bist jetzt da, wo ich denke, ja Mhm Ich komme Ich komme Ach, das ist dein Name Falsche Hülle Ne, richtige Hülle Hölle Wir gehen jetzt in eine Hülle rein, ne Ja, wir gehen... Scheiss In eine Hülle gehen wir jetzt Das habe ich den Weg auch verpeilt Ich war einfach vorher da Du warst doch grad da, du bist einfach da runter springen Ja Ich bin vorhin sogar runter gefallen Ey, das war doch nicht hier Ich war doch vorhin da, ich bin da vorhin sogar runter gefallen War das hier? Das ist dein Name, guck doch, hallo Hallo Ne Man kann da einfach runter springen Von oben Ja 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 Ja, genau in die richtige Richtung, ja 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 Genau in die Ziehrunde Ja, du hast Karottenpisse Ich glaube den Schein, den müssen wir jetzt hier ausmachen Ja Das Ne, doch nicht Oh ja, ich muss den Schein ausmachen Ich nicht, aber es ist dunkel Ja, sonst sieht man wieder nichts Option... Ah, das ist wegen den Schein da so dunkel, oder das? Jep Ah ja Schau mal aus Oh ja Schon viel besser, oder? Was kläst du? Ne mit Boah, viel zu risky Lo, das ist ein netter Festung Wo? Wo? Hier, genau da Ich sehe nichts Mach Shade aus Mach Shade aus Hab ich Ah, da Mein bisschen ist nur dunkel Ok Ja, auf jeden Fall ist da dann Ah, ich hab ne Idee Ja, nice Wann wir uns jetzt hinbuddeln? Ja Ich würd eigentlich auch gern das Glowstorm Mach du, ich mach deinen Weg dahin Gott, okay, warte mal Ich mach mal meine Pitcher im hellen Kopf Nee, ich muss drauf Doch, mach her So mit Ey, krieg ich wieder Kopfschmerzen Lol Ach, ich hab's Ich hab's reingefunden Er warte auf mich, ja Siehst du, wie schnell ich war? Lass zusammen erkunden Ah, ich hab' gefackelt Fuck, ich hab' zu wenig mit Hast du zufälligerweise Kohle dabei? Nee Schade Aber noch ein paar Fackeln Ich hab' sieben Jetzt warst du doch Ich bin immer noch mal im Hingang Ich bin über die Hallo Wo bist du denn gekommen? Einfach hochgebaut Und dann Gehst du die Festung? Hör auf, Alter Ich kann nicht regenerieren Wir müssen Leute Das sind Netherwarzen Das sind Blazes irgendwo Reicht das überhaupt? Das sind Netherwarzen Warte mal Das sind Netherwarzen Nee, das reicht nicht Das scheiß Gleit hat mich verwendet Das warte Warte den Netherwarzen, ja Ich hab' nicht vergessen Ich hab' nicht vergessen Ich brauch' auch gleich das SoCenter Ich hab' eben Ich hab' eben Ich hab' eben noch mehr Alle mitnehmen, Markus Gott, mach' da mal Fackeln hier Das ist gar nichts Den Steinwirtschaftlichen auch noch ein bisschen mitnehmen Lass' mal noch meine Sch... Schänke Das ist ne Kiste Das ist ne Kiste Scheiße drin Hier ist noch ne Kiste Oh hier ist ein Wo ist denn... Also eine Scheißpaste? Noch ne Kiste Noch mehr Gold Noch ne Kiste Ich bin ne Fröhnen Ah, ich höre diese Fische ich dachte ich bin zu lange schwarzer typ ist es schwarzer heute hat er mich erschreckt ach das und viel was wir suchen ich glaube ich wird sterben nicht über lava ich habe jetzt 13 gold also ich kann nichts mehr ich komme ich brauche was zu phrasen nein verpisst euch guckt mich nicht so von der kann ja moment mal ich das vielleicht ausnutzen es ist heute mal ausrösten Ich werde sterben, ich hab so'n Rot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich verschwinde wieder. Warte, ich komm mit. Alter, was soll ich machen, wenn's so'n schwarzer Typ wiederkommt? Warte, das, ja, warte auf mich. Ah, da oben ist das Ding, Spawner. Warte auf mich, mach es. Ich hab' ich mal ne Ahnung, wo ich die Rekülen hab. Pass auf, rechts zu dir. Wo? Geht's hier überhaupt zurück? War ich an der Kiste? Ne Ahnung. Ne, hier lang geht's nicht. Ah, hier, ich bin richtig. So, wenn wir da noch zurück aus dem Liller sind, dann werde ich auch die Aufnahme. Jo. Ey, warte auf mich. Ich weiß nicht mal selber, wo ich hin bin. Ah, hab's losgefunden. Ich hab' nur 300 Balken, ich kann nicht mehr rennen. Ach, da bist du auch da. Oh Gott. Ich hab' aber sechs Knochen, heißt das, ich kann Bowdenmeel machen. Ja, und ich hab' so'n Ding. Ne, jetzt kommt so'n Ding, Skelett tot. Wollte ich grad so boxen, ne? Fick dich, weil ich bin tot. Ist was? Es muss da grad ein Skelett stehen vormen. Och, ist es dunkel, oder? Ja. Ach, komm, wir sind hier vor, komm, geht's nur hoch. Hä, wo geht's jetzt hoch? Äh, das ist eine gute Frage, ne? Du hast noch einen Eingang nach oben zugebaut. Ne, hab ich nicht. Doch hier. Du hast'n zugebaut. Du hast'n abgebaut. Ein Fehler, ich werd' den Hut. Ach, mein, ich will nicht grad so boxen. Zwei. Wie das jetzt hier aussieht ohne Shader. Wir machen jetzt aber auch nicht mal an für die Aufnahme. Und wie geht's hier raus? Hm. Und wie geht's hier raus? Hm. Und du hast'n auch noch zugebaut, du Arschloch. Gar neet. Wot? Ach, was zu essen. Ja, die braucht'n was zu essen. Wie kann man uns furzen? Wo machst du die Sachen hier hin? Alter, der ist hier mal gespawnt gewesen. Hast du schön gemacht? Ne, der ist im Wasser explodiert. Hast du schön gemacht? Erstmal fress' ich mich jetzt voll. Fick dich. Oh, ich glaub' ich bleib' nicht mehr übrig. Wirklich? Was? Ja. Ich mach' mal ein paar Gläser. Uff, jetzt ist mein Regen. Ääääh. Okay. Ich mach' mal ein paar Gläser. Hallo. Wir haben auch kurz gebraut. Wird jetzt erst in der nächsten Folge. So, okay. Ich hab' schon mal ein paar Gläser vorgemacht. Hallo. Ich will nur kurz schlock' mich auf meiner Insel drüben aus. Ich check'n, wie wir weiter als Gras gewachsen sind. Kommst du mal mit? Uff, okay. Dann machen wir uns da gemeinsam aus. Du hast uns gelitt. Gott. Schafi, leider hat mich echt erschreckt. Treff' ich! Das ist ein Creeper. Oh, du hast... Das ist ne schöne Brücke, du hast. Ääääh, die Brücke wird noch anders gemacht. Jetzt ist da so'n dicker, fetter Baum gewachsen. Der sollte da gar nicht wachsen. Der sollte ein normaler Kleiner wachsen. Nein. Was... Was... Ist was ein Weg? Ah, ist das gut. Das sollte ja auch ein bisschen natürlich werden hier drüben. Oh mein Gott. Es muss strecken. Blablabla. 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 So. Jetzt kommt es noch dorthin. Und dorthin. Und da kommt hin. Ach ja, warte. Kann ich auch noch kurz den Weg setzen. Dann habe ich das auch fertig. Wissen. sehr natürlich stein ich meine von der landschaft mit bäumen her und so weiter ist ja ganz cool aus gibt es doch wenigstens zu warum fehlt hier das habe ich gedacht so ich würde sagen das war's das ist ein wort ich weiß alle da war sie weg ich habe alle ich weiß die alle weg das darfst du wieder haben so ich würde sagen das war's keine ahnung bei wie vielen parten wir jetzt sind 95 8 8 3 naja wenn es euch gefallen hat wenn euch die session gefallen hat sagen sie uns nächstes mal wieder zuletzt mein kraft bis dann leute tschüss